Entschuldigung, Dandelion. Vielleicht später. Du sagst immer das. Wenn du deine Meinung veränderst, werde ich hier sein. Hast du einen Moment? Für dich, mein Freund, immer. Was wolltest du von Sephropa? Gerold. Ich erinnere mich. Exakt. Okay, aber... Gerold, die... Hm. Lass mich die 100 Meter laufen. Ah, Junge, Junge. Ich muss mich die Theatertante fragen. Ich hab doch so ein dämliches Schwert. Ah, so gut zu sehen. Ich muss eine gewisse Schwerte, die du für Städte benutzt hast, aber gut. Oh mein, was hast du dafür? Ich weiß nicht, aber Dandelion sagt, es ist essentiell. Oh, ja. Ich wusste, dass Master Dandelion eine Hand hat. Ich hoffe, dass du nicht mit mir würdest. Au revoir. Dankeschön. Ich versuche es nicht zu verraten. So lange. Warte mal. Jetzt will ich noch mal gucken. Quest-Items. What the hell? Jetzt habe ich zwei davon. Ich hätte das gar nicht leihen müssen. Ich hätte direkt dahin gehen können. Ah, verdammt. Guck mal mal. Die Brücke ist näher, aber... Das ist auch nix. Naja. Ein wenig Weg gespart. Nicht viel. Ach so, ich muss erst hier rum. Ah, okay. Vielleicht auch kein Weg gespart. Ich weiß nicht. Hier ist der Plan. Sofronia loves adventure-filled romance-novels. Ich kann ein Heroin sein. Ich kann sie einfach aus einem Bandit zu retten. Ich werde sie aus meiner Hand zu essen. Und keine Chance, sie wird mir diese Anzahl verraten. Ich will mich als Bandit sein? Ich wusste, dass du das in die Geräusche sehen würdest. Hey, ich bin nicht der Grund. Der Sinner war es nicht. Gott, seine Hand zu essen. Aber solche VerständnInnen sind besser als immer. Ich habe schon deine Länge erst geschrieben. Du hast, was? Du hast gewinnen müssen... Du wissen musst, was du sagen? Hier... Andromask, sie auf. Lasst dich dich. Sophronia nicht gerne dich. Aber... Deh NASreich. Dann kommst du dein Plan. Wir treffen uns bei der Rosemarie im Frühstück. Stopp right there. Was? Was ist das? Help! Save me! Tremble, flaxen-haired wench. Bow before the Prince of Thieves. Not so fast. Drop your sword, scoundrel. This is your first and last warning. Dandelion! Tis I, though the scum of the city call me the Crimson Avenger. No, not the Crimson Avenger. Silence, vermin! You shall regret the day you were born. Oh, God. Oh, you're better than I thought. Oh, jetzt muss ich... Candy Lion! Shut up and fight! I've been hit! Ow! To the house, quickly. You shall get us there? Eternal fire! What do you want from us? Leave us be! Hey! This rogue will soon run off. I'm sure of it. He wouldn't chance getting caught by the guards. Would he? What the hell? What the hell? Ah, okay. Oh, man! Wie kann man nur? Oh, ist das schlecht. Hallo? So? Oh, nothing hurts as much as life. Ah. Oh, all right. Laufen. Obwohl, ich hab gern Pferd. Oder sagst du was? Was? Hm. Hm. Ah, Mann, 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 dass man in der Stadt nicht schnell reiten kann. Das ist wirklich... Uah. Wir kommen zu langsam voran. Die Fast Travel Points sind nicht unbedingt da, wo du sie brauchst. Das ist ein bisschen, hm. Naja. Achso. Zehn P... Okay. Was war die andere Mission? Ach, da haben wir es doch. Nur 80 Meter ist gut, oder? Ach, der ist... Ja, normallich ein bisschen heilen, so in der Zwischenzeit. Hm. Was ist hiermit? Sieht so aus, als würden wir damit aufs Dach kommen. Vom Dach gibt es garantierten Zugang auf den Dachboden. Und dann... Und dann... Shit, hab ich mich umgebracht. Oh Gott. Wow, ich dachte, ich könnte aufs Dach. Aber man muss da rüberspringen. Äh... Das war natürlich ein Bringer. Oh shit. Oh shit. Na komm, lade fertig. Ich... Jetzt will ich hier in einer Stunde bleiben. Was ist das? Jetzt sind wir gut. Alle Zeit, wir so ein bisschen. So... Noch... Hoppla... So... Der Kerl ist am Baden. Vermutlich mal, in hot water würde ja heißen. Das... Theoretisch heißen, dass er am Baden ist. Hm. Hoppla... Was weiß ich? Was weiß ich nicht so... Oh, das war's. Hm. Hm. Boahhh Crimson Raider Okay Das ist ein Monster Ihre Trifte Ja, das ist ein Grimmkart Oh, was ist es? Lass uns den Ringo Die sind Ringo Wuretzte ihn Wurzelt Wenn es nicht so Schönes Wurr Wurzelt 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 wie nehmen die nicht besonders viel schaden warum auch immer oh komm mal da Können wir nur noch was finden Ich kann mal irgendwelche anderen... ne, die hat er ja jetzt gezeigt, wenn ich irgendwelche anderen Texte hätte Wie öffne ich das? Da sind irgendwelche Kratzer Oben vielleicht irgendwas Hm, das muss sein, ich kann versorgen, Zolte zu bilden Zolt, ich muss hier mal schauen Oh ja, ok Sorry, Gaggin Ich lasse dich nicht in, du bist ein Großvater F***ig, hey, Hörs Oin, Greeneid, du brauchst eine Spire? Na gut, wollen wir mal sehen. Wollen wir mal sehen. Oh, es ist Zoltan hier. Warum nicht? Mal gucken, wieviel Spione ich diesmal bekomme. Brauchen wir mal sagen. Jetzt müssen wir jetzt mal einen davon weglegen, dass die Wahrscheinlichkeit kleiner ist, dass wir den bekommen. Vielleicht nicht so klein, aber... Damit... Jetzt ist natürlich... Oh, der hat einen Skoyer-Telde. Interessant. Noch mal wiederbeleben, scheinbar ist er. Oh... Oh... Ich muss jetzt wohnen nochmal. Oh... 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 So an sich, dass er das ganze wiederbelebt. Und... Dass er den Spion wiederbelebt. Und wird damit dann... Ähm... Dingens... Ach... Wird er... Dass wir den dann in der nächsten Hunde wiederbelegen können. Besuchen. Das war der Plan. Habe ich natürlich auch kein gutes Wetter. Aber ich habe auch eher nur wenige Ranged Karten an sich. Ich bin Keralt. Ich bin Siri. Ich bin Keralt. Ich bin Siri. Ich bin Keralt. Und das ist so mehihihi. Oh mein Gott. Okay, wir müssen das auch zurück. Fast. so einer er hat aber nur eine Karte übrig, das ist wunderbar so jetzt bin ich mal gespannt ob ich da überhaupt was bekomme, bin ich sicher stimmt, ich krieg ja auch noch eine Karte dammit, ich hätte der Arsch Feuer machen sollen aber er hat mir so großzügig den Spion geschenkt das hilft auf jeden Fall ooooh Oh der auf! Gwent, Old Pelz, nice! Eine Elchen-Karte und zwar eine Lieder-Karte? Oh ja! Pick a Brian Bidding-Forrest-Karte. We can play it instantly. Draw an extra card at the beginning of the ballet. Double strength all of your ranged combat units unless a command is on. The story of enemies strongest close combat units if you combine the strength of all those cards. Ja. Ja, das aber... Oh! Ich bin mittlerweile 30 Karten stark? Ja. Aber ich brauche schon ein paar mehr davon. Na gut. Die Hells are beautiful. Zed give you much trouble? Zed's dead. I ran into his murderers. Won't cry over spilt Zed. What about the other cards? Didn't find the other cards. Fuck! Bugger must have sold them. Listen. Got Zed's ledger. Show me. Hmm. Entries show him selling the cards to Caesar Bilsen in Ravi. Could have been worse. We need to pay him a visit. Who's Caesar Bilsen? Clevers Club. A decent fellow once, but so high and mighty now you can't drink with him. Let alone go fishing. Fishing? We met at the Anglers Club. The pride of the Pontar. But Caesar don't show around there no more. So caught up in his new role he almost never leaves his house. Least we won't have to run around town looking for him. Ravi. Who's he? A common card sharp and a swindler. Boggles my mind where he got the coin from the Natalis card. Ever since I give him a smackin', things between us have been frosty. So you'll have to see him alone. Zoltan, seems awful important to you. I'll try to get you those cards. Thanks, Geralt. We can see Caesar together. Meet me outside this townhouse. Gaudiest eyesore on Hierarch Square. He had the facade painted gold. And if you wanna see Ravi first, I'd look for him at the Golden Sturgeon if I were you. All right. See you later. And no need to pussyfoot around with Ravi. Beat him about the ears a bit. He'll cave. Well, good luck to you, Geralt. Okay. Das ist mein nächster Auftrag. Allerdings mache ich jetzt erstmal eine kleine Pause und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wo wir die Karten jagen. Ciao. Ciao.